Naja, aber normalerweise bin ich halt irgendwo im Auto und auf einem Hücherler, ne? Welcher Kollege? Ja, hör mal, einer ist hier bei uns, hier 400 ist wunderbar, das ist ja katastrophal da. Ah, gut, Hauptsache nicht mir. Ja, das muss ich bei dem Pizek wieder ein bisschen hochgehen, da jeder, ne? Ja, das andere, das ist ja alles, alles unverständlich.